eine dauerhafte Erwerbsminderungsrente im Klageverfahren durchgesetzt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich konnte heute früh einem Mandanten von uns aus der Kanzlei Rentenbescheid24.de eine frohe Botschaft übermitteln. Er bekommt eine volle Erwerbsminderungsrente und zwar auf Dauer. Wir haben für diesen Mandanten in einem Klageverfahren vor dem Sozialgericht Hildesheim diese Rentenleistung durchgesetzt. Und zwar hat uns unser Mandant im März 2020 beauftragt, nachdem er den Widerspruchsbescheid bekommen hat und dort die beantragte EM-Rente abgelehnt wurde, für ihn eine Klage beim Sozialgericht Hildesheim einzureichen. Das haben wir auch getan, die Klage begründet, Akteneinsicht angefordert und haben dann das Gericht zur Sachaufklärung gebeten. Im Ergebnis, unser Mandant musste nochmal in eine Reha-Einrichtung und zwar am Ende des Jahres 2020. Und aufgrund des Reha-Entlassungsberichtes stellte sich heraus, dass der Kläger auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur noch für leichte Tätigkeiten unter drei Stunden einsetzbar ist. Damit sozusagen die volle Erwerbsminderung festgestellt wurde. Wir haben dann am 5. Januar 2021 ein Schreiben vom Sozialgericht Hildesheim bekommen mit der Bitte, ob wir das Vergleichsangebot der Beklagten annehmen würden. Die Beklagte hat dem Kläger die volle dauerhafte Erwerbsminderungsrente angeboten. Natürlich haben wir dann unseren Mandanten angerufen und haben ihn gefragt, möchtest du das Angebot annehmen? Und er hat gesagt, gar keine Frage, müssen wir nicht drüber nachdenken. Der Vorteil für unseren Mandanten in diesem Verfahren ist, er musste weder zu einer mündlichen Verhandlung, noch musste er sich irgendwelchen Begutachtungen aussetzen, sondern er war nur in Anführungsstrichen nur in einem Reha-Verfahren und das brachte er letzten Endes dann zu Tage, dass er nicht mehr erwerbsfähig ist. Und er bekommt, da der Leistungsfall Ende des Jahres 2020 festgestellt worden ist, die neue Zurechnungszeit, die für ihn ab dem 1. Januar 2019 gilt. Das heißt also, seine Erwerbsminderungsrente wird nochmal wirtschaftlich gesehen aufgewertet bei ihm bis zum 65. Lebensjahr und 9 Kalendermonate. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel